Mein Name ist Britta Passmann. Ich bin Kinder- und Babyfotografin aus Dortmund. Ich habe mich auf Kinder, neugeborene Babys und Familien spezialisiert, ganz besonders halt auch auf die Kinder, weil ich finde, dass die Kinder vor der Kamera ganz ehrlich sind, sich nicht verstellen und sie sind einfach so, wie sie sind. Es macht immer Spaß und sorgt immer wieder für Überraschungen. Mein Name ist Beatrice und das hier ist unser kleiner Leonas. Mein Name ist André und das ist die kleine Leara. Es war wieder sehr schön mit Britta, mit der Babyflüsterin. Nein, die waren ja wieder Britta lieb und es hat wieder Spaß gemacht. Es war sehr entspannt und gute Hände haben uns wieder. Ja, ich heiße Britta Falk, das ist meine Frau Jasmin und unser gemeinsamer Sohn, der Florian. Hat Spaß gemacht, ne, Florian? Mein Name ist Michael Obanker. Das ist meine Lebensgefährtin Natalia Ruditschek. Und die kleine Maus ist die Nina. Beim Fotoshooting war es sehr warm. Aber ansonsten hat es uns sehr viel Spaß gemacht. Und die Kleine hat auch viel Spaß gemacht. Die Kleine war super drauf und hat Spaß gemacht, mir zuzugucken. War sehr angenehm. Hallo, wir sind Jonas und Linda und Nele. Klasse, kleiner Sonnenschein. Hat uns sehr viel Spaß gemacht auch. Wir waren wirklich sehr zufrieden hier, waren alle freundlich und nett. Wir freuen uns, wenn wir wiederkommen dürfen. Tanulakt. Tanulakt. Heute das Shooting für Tanulakt hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es war ganz schön anstrengend, so viele verschiedene Babys an einem Tag zu fotografieren. Aber es war auch ganz klasse, weil man musste sich immer wieder auf jedes Baby neu einstellen. Aber die Babys haben auch alle super mitgemacht und es war ein toller Tag. Und dann geht es weiter. So war's. Genau, machen wir belle Musik haben. boo 沒有. Alle, nur noch Teams, alle Teams haben aufgegeben an den覺en. Tre